Was geht ab, Leute? Das ist die Episode 3 meiner Train-Smart-Serie. Lang ist her, endlich mal wieder back im Gym. Und in dieser Folge geht es um meine absolute Lieblingsvariante des Kreuzhebens, und zwar das rumänische Kreuzheben. Aber bevor ich euch erzähle, warum es meine Lieblingsvariante ist, erkläre ich euch erstmal den Unterschied zu den anderen Kreuzhebe-Varianten und welche Muskulatur überhaupt aktiviert ist. Viel Spaß! Zuerst, was ist der Unterschied zwischen rumänischem Kreuzheben und den anderen Varianten, also dem konventionellen Deadlift und dem Sumo-Deadlift? Und zwar konventionelles und Sumo-Kreuzheben findet vom Boden statt in der Ausgangsposition. Das heißt, wir starten mit der konzentrischen, also der positiv-dynamischen Bewegungsphase. Beim rumänischen Kreuzheben ist es eben anders. Wir starten mit der negativ-dynamischen Bewegungsphase, also der exzentrischen. Wir heben also aus dem Rack. Und der große Unterschied ist eben, dass wir hier beim rumänischen dominant Gesäß und vor allem die Hams, also Oberschenkelrückseite aktiviert haben, weil wir die Knie eben fixiert lassen. Beim rumänischen Kreuzheben haben wir vor allem dominant die Gluts und die Hams natürlich aktiviert und auch stabilisiert, wie immer natürlich Rumpfrückenmuskulatur, die eben die Schulterblätter hinten fixiert lässt, aber auch natürlich Quads und Oberschenkelinnenseite, Adduktoren. Weil wir hier eben die Knie fixiert lassen, haben wir hier eine extreme Spannung auf den Hams und genau deshalb ist das hier wirklich meine absolute Favorite-Variante. Und jetzt kommen wir mal zur technischen Ausführung. Wie auch bei den Squads ist hier meine Empfehlung, entweder ohne Schuhe oder halt eben mit Schuhen mit komplett ebener Sohle. Auch hierfür eine gleichmäßige Kraftübertragung über die gesamte Fußfläche. Und deswegen mache ich das immer ohne Schuhe. Also wirklich ganz genau wie bei den Squads, um das Fußgebirge vernünftig aufzubauen und eben eine gleichmäßige Lastverteilung zu haben. Und dann hier in etwa schulterbreiter Griff. Hier könnt ihr natürlich auch mit Zughilfen arbeiten, wenn die Griffkraft für euer Trainingsgewicht nicht ausweicht. Zeige ich euch gleich nochmal, welche ich da empfehlen würde. Das heißt in etwa schulterbreiter Griff. Wie eben schon gesagt, startet ihr hier die Bewegung aus dem Rack, also mit der negativ dynamischen Bewegungsphase. Fester Griff, Schultern zurück, Brust raus, Bauchnabel rein, wie immer. Hebt die Langhand aus dem Rack. Und hier, anders als bei den Squads, in etwa hüftbreiter Stand, vielleicht minimal breiter. Zehen leicht nach außen rotiert, Fußgewölbe aufbauen. Schultern bleiben hinten, Brust bleibt draußen, Bauchnabel bleibt drin. Die gesamte Ausführung über. Ja, bis die Langhandel auch wirklich wieder im Rack ist, um die Wirbelsäule zu sichern, muskulär zu stabilisieren. Und dann leitet ihr die Bewegung ein, indem ihr die Hüfte kippt, ja. Ihr beugt die Hüfte, streckt das Gesäß etwas nach hinten raus, beugt minimal die Knie, bleibt aber dann, und das ist ganz wichtig, mit den Knien fixiert. Das ist der Unterschied zu den anderen Kreuzhimmelvarianten, konventionelles Kreuzhimmel und Sumo-Deadlifts. Führt die Langhandel an den Oberschenkeln bis an den Schiedenbeinen entlang. Schleift sie komplett an den Beinen entlang, in einer Linie über dem Mittelfuß. Also genau das gleiche hier, natürlich eine vertikale Linie über dem Mittelfuß, wie auch bei den Squats. Effizienteste Bewegungsbahn gegen die Schwerkraft. Knie bleiben fixiert, wieder aufrichten, Hüfte nach vorne strecken, Schulterblätter zusammen, Brust raus, Bauchnabel rein. Das ist die Bewegung. Und ihr senkt wirklich die Langhandel so weit ab, wie ihr auch die Spannung halten könnt im Rücken. Sprich, Schulterblätter bleiben hinten fixiert, Brust bleibt draußen, um eben die Wirbelsäule auch entsprechend zu sichern. Und wenn ihr eben gerade anfangs, wenn eure Hems vielleicht etwas verkürzen, vielleicht nur bis Kniehülle kommt, dann müsst ihr eben an eurer Mobilität langsam Step by Step arbeiten. Aber es macht keinen Sinn, dann im Oberkörper rund zu werden, nur um den Bewegungsumfang zu vergrößern. Das heißt, Schultern bleiben hinten und so weit, wie ihr mit fixierten Schulterblättern und rausgestreckter Brust nach unten kommt, könnt ihr dann hier natürlich euren vollen Bewegungsumfang, also Full Range of Motion, nutzen. Hünfte nach vorne schieben, Bluts maximal anspannen, Gesäß, um eben den Booty maximal zu aktivieren. Auch hier, schön langsam natürlich, für eine maximale Spannungszeit. Ihr wisst, Time and Attention, das ist unter anderem das mit der Intensität zusammen, was Hypertrophie, also Muskelwachstum auslöst. Ich mache jetzt nochmal ein paar Wraps. Und hier nochmal ein kleiner Tipp, stellt euch vor, als würdet ihr die Stange im Prinzip am obersten Punkt verbiegen wollen, um eben Brust rauszustrecken und Schulterblätter hinten zusammenzuführen. Ja, als würdet ihr die Stange verbiegen. Das Ziel ist hier nicht, wie viele es machen, zu überstrecken, in die Hyper-Extension zu gehen, sondern einfach die Schulterblätter zusammenzuführen. Ja, Brust raus, Schulterblätter zu wecken. Und ihr seht, wenn ich hochkomme, als würde ich die Stange verbiegen. Bam! Schulterblätter sind zurückgezogen. Und natürlich extrem wichtig, wie auch bei jeder anderen Übung, denkt daran, euer Kopf bleibt gerade in Verlängerung der Wirbelsäule. Und wenn ihr auch hier, tendiert man leicht dazu, in den Spiegel zu schauen, Halswirbelsäule zu überstrecken. Und gerade der Halswirbelsäulenbereich ist extrem empfindlich, wie ich euch das meiner Meinung nach auch schon im Squats-Tutorial gesagt habe, weil da viele Nerven sind und die wollen wir natürlich nicht einklemmen und zur extrem tiefen Muskelverspannung beitragen. Also Kopf bleibt gerade. Und nochmal zum Griff. Ich bin hier eben schon auf die Zughilfen eingegangen, weil viele machen auch hier den folgenden Griff, den Kreuzgriff. Macht vielleicht im Powerlifting Sinn, aber letztendlich habt ihr hier eine extrem asymmetrische Schulterbelastung. Deswegen würde ich ihn fürs Bodybuilding und den Muskelaufbau und gerade fürs Gesundheitstraining nicht unbedingt empfehlen, sondern bleibt hier im Obergriff und wenn ihr dann eben nicht genug Griffkraft habt, um das Gewicht zu halten, dann nutzt ihr solche Zughilfen und da auch wirklich die aus Stoff. Denn wenn ihr da eine mit Metallhaken habt, dann habt ihr das Problem, dass dieser Metallhaken euch die Griffkraft abnimmt. Griffkraft abnimmt. Und hiermit habt ihr das Problem nämlich nicht. Also kosten auch, weiß nicht, vielleicht 10 Euro. Ich verlinke euch die nochmal unten in der Infobox oder irgendwelche. Und dann habt ihr eben das Problem schon gelöst. Und ich benutze hier auch, wie ihr das auch von den Squats schon kennt, noch einen Gürtel einfach, um den Rumpf nochmal zusätzlich zu stabilisieren. Und hier bei den Romanians ist eben der Unterschied, wir haben natürlich durch die fixierten Knie, wie schon gesagt, die extreme Spannung auf den Helms. Das heißt, wir haben unter einer sehr hohen mechanischen Belastung, gehen wir in die maximale Dehnung, wodurch ein extrem hoher mechanischer Stress ausgelöst wird. Dann natürlich mit zunehmender Dauer noch metabolischer Stress. Und das sind genau die zwei Faktoren, die eben Muskelfaserwachstum, also Hypertrophie verursachen. Und deswegen ist das hier meine, wirklich fürs Muskelaufbautraining, fürs Natural Bodybuilding, ist das hier deswegen meine absolute Favorite-Variante, weil es die höchste Time Under Tension erzeugt von allen Varianten. Ähnlich wie das rumänische Kreuzheben, also der Romanian Deadlift oder kurz die Romanians, ist natürlich noch der Stiff Leg Deadlift. Da ist der Unterschied, dass er wirklich komplett in den Knien gerade gestreckt und fixiert bleibt. Und hier habt ihr gesehen, seid ihr leicht gebeugt fixiert, wodurch ihr eben die große Spannung oder die größte Spannung auf den Helms erzeugt. Und dadurch, dass ihr natürlich hier weniger Muskulatur aktiviert habt, wie es jetzt bei der konventionellen Kreuzhebe-Variante der Fall ist, könnt ihr natürlich auch entsprechend weniger Widerstände bewegen und habt eine geringere Belastung auf die passiven Strukturen wie Gelenke, Sehen und Bänder. Das heißt, meine Empfehlung für wirklich maximalen Muskelaufbau, für starke Hams und eine ordentliche Glute, einen ordentlichen Booty, ist diese Variante hier. Und ihr müsst natürlich immer an eure Zielsetzung denken. Ihr müsst kein konventionelles Kreuzheben machen, ihr müsst auch kein Sumo-Kreuzheben machen. Machen ich zum Beispiel mal konventionelles Kreuzheben überhaupt nicht. Aber meine Zielsetzung ist Muskelaufbau, das heißt, das Ziel ist, einen maximalen Reiz bei einer angemessenen Intensität zu setzen. Und wäre jetzt natürlich mein Ziel Powerlifting und das bewegen maximaler Gewichte und maximaler Kraft, dann würde ich natürlich das konventionelle oder den Sumo-Deadlift empfehlen. Aber für die Zielsetzung Muskelaufbau hier die Romanians. Ihr müsst euch nämlich immer vor Augen führen. Für unser Ziel, für das Natural Bodybuilding, für den leistungsorientierten Muskelaufbau, ist das Bewegen maximaler Gewichte und Widerstände absolut nicht notwendig. Und deswegen, wenn euch jemand sagt, ihr müsst die und die Übung machen, um Muskeln aufzubauen, dann solltet ihr das definitiv hinterfragen. Es ist eine richtig, richtig gute Übung, um eure Mobilität auch in den Hams zu verbessern. Denn gerade für kürzte Hamstrings, wie es durch sitzende Tätigkeit eben vorkommt, wenig Bewegung oder auch High Heels, wenn sich hier Ansatz und Ursprung einander annähern und verkürzen, das kann nämlich dann im Endeffekt das Becken nach unten ziehen. Damit habt ihr eine übermäßige Belastung auf die Lendenwirbelsäule, was zu Rückenschmerzen und im Extremfall so wird zum Bandscheibenvorfall führen kann. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, in den Hams mobil zu sein. Also zusätzlich sonst dehnen und hier langsam Step-by-Step rantassen. Full Range of Motion natürlich, soweit ihr hinten fixiert bleiben könnt. Und das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und wenn ihr starke Hams haben wollt und ordentlichen Booty, dann macht die Romanians meine Lieblingsvariante. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Lasst den einen oder anderen Kommentar vielleicht noch unten da. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr es natürlich wie immer hier unten tun. Und klickt dann unbedingt auf die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video rauskommt. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen richtig sonnigen Tag und einen richtig schönen Abend. Haut rein, Leute. Wow, richtig die Ehre für mich, dass ich mit Superman trainieren darf. Ich bin so dankbar, dass ich das noch erleben darf. Ich bin so dankbar, dass ich das noch erleben darf.